Ist deine Schwester Schauspielerin? Ist deine Mutter Schauspielerin? Ere Jacob Schauspielerin? Ere honore. Sie ist Professorin und er ist Professor. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Bruder ist Professor und meine Schwester ist Professorin. Untertitelung des ZDF, 2020 Maria, was ist dein Beruf? Beruf. Beruf. Was ist dein Beruf? Beruf. 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 Karl, was ist dein Beruf? Er ist Professor und sie ist Professorin. Ist deine Mutter Kellnerin? Er ist Professor und sie ist Professorin. Ich koche, du kochst. Ich koche. Ich koche, du kochst. Ich koche, du kochst. Ich schwimme sehr gut. Sehr gut. Du schwimmst. Schwimmst du? Schwimmst du? Du malst. Du malst gut. Malst gut. Du malst gut. 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 Oh, du kochst nie. Gut. Gut. Glock. Gut. Gut. Ja, ich male sehr gut, und du? Ja, ich male sehr gut, und du? Ja, ich male sehr gut, und du? Du malst gut. 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 Aser. Ja. Das ist elegant. Alt und billig. Alt und billig. Entschuldigung, wo ist das Museum? Billig oder teuer? Das Museum in Berlin. Das Restaurant ist billig. Das Restaurant ist billig. Das Museum in Berlin ist alt. Das Museum in Berlin ist alt. Das Restaurant ist sehr elegant. Oh, das Restaurant ist sehr elegant. Das Hotel und das Café. Das Hotel und das Café. Ist das Café billig? Das Café. Das Café. Das Café. Untertitelung des ZDF, 2020